und bitte. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ich hatte am Mittwoch, also den 11.10. Geburtstag und morgen beginnt die Schule und wir backen heute meinen Geburtstagskuchen. Und zwar, es ist beziehungsweise kein Kuchen, sondern es sind Muffins. Ich kann euch mal zeigen, wie die aussehen. So sehen die Muffins aus. Das sind Vanillepudding-Muffins, beziehungsweise wie hier steht Muffins mit Vanillepudding. Wir machen als erstes den Pudding, weil es wichtig und richtig ist. Also, als erstes, hier steht, für den Pudding zwei Drittel der Milch in einen kleinen Topf geben und erwärmen. In einen Topf ist die Milch schon, aber wir müssen sie gleich noch erwärmen. Vorher rühren wir den halt das Puddingpulver und Zucker an. In der übrigen Milch, also in der rücklichen Milch. Gebraucht für den Pudding 30 Gramm Zucker. Dann 20 Gramm 20 Gramm Warte, das muss ich mal gerade abmessen. 20 Gramm Vanillepuddingpulver Äh, wo habe ich hier eine Schere? Wartet mal Leute. 20 Gramm Bitte abwiegen, danke. Schön vorsichtig. Wir sind jetzt bei 15 Gramm, also beziehungsweise 16 Gramm. 17 18 Ja, wann? Ja, wann? Okay, 21 Gramm. Das ist gut. Und jetzt noch Vanillepulver Äh, äh, jetzt noch Vanillezucker. Damit es nach, äh, etwas mehr nach Vanille schmeckt. Hier. Bourbon Vanille. Das noch da rein. Das rühren wir mal. So, das ist jetzt umgerührt. Wir wechseln jetzt zum Herbst. So, wir müssen jetzt kurz warten, bis das, äh, kocht. Und dann können wir das rein tun. So, die Milch hat jetzt gekocht. Ich, äh, 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 den Vanillepudding da rein. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, Leute. Der Vanillezucker sollte in den Teig. Ja, gut. Aber, Leute, Fehler sind menschlich. Und das kann auch mal passieren. Also ist nicht schlimm, wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt. Ich glaube, jeder hat schon mal in seinem Leben Fehler gemacht. Deswegen. Und das ist ja auch kein schlimmer Fehler. Ähm. Äh, äh. Deswegen. Alles gut, Leute. So, jetzt, äh, umrühren, bis es, äh, dickflüssig ist. So, das ist jetzt diese Pudding-Konsistenz. Ich kann das mal in die Kamera zeigen. Man sieht's schön. Das sieht schon richtig schön nach Pudding aus. Ich fülle das jetzt mal hier in eine Schüssel. So, damit das dann auskühlen kann. Ich muss mal mit diesem Schneebesen irgendwo anders nennen. Weil der stirbt mir gerade ein bisschen. So, einmal bitte alles rein. Dankeschön. Ich nehme mal gerade noch einen Löffel. Damit ich dann wirklich alles auskratzen kann. Ich nehme mal her an. Und jetzt bitte alles rein. Mhm. Und we showen die Glock etc. Das ist ja immer gut. So, zwar das geht. Und wir fertilieren dann auch mal. So. Und wir machen jetzt ganz gut. Und wir machen wir jetzt noch richtig. Also. Und wir machen uns mit dem Knochen. Und wir machen sich das gerne. Und wir machen uns mit Gerichten. So, jetzt geht's. Leute ist schon spät am Abend, ne wie spät ist es? Halb 8. Der Pudding ist jetzt in der Schüssel, der kann da jetzt auskühlen. Als nächstes Zucker in eine Schüssel geben, oder auf den Deckel von der Schüssel, das ist auch ganz gut, ne Leute bitte ein bisschen mehr aufpassen, wenn ihr das Rezept nachmacht. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, und dann Butter noch. Butter ist auch 150 Gramm Butter. Die kommt hier mal rein, die tue ich mal mit 2 Löffeln rein, oder wie mache ich das jetzt hier am schlausten? Und das alles auf höchster Stufe rühren. So, das sind jetzt schon umgerührt worden. Also, das war ganz schön heftig. Was war das denn? Achso, ja gut. Das war hier die Halterung von der Kamera. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Also, nicht die Halterung von der Kamera, wo sie vorher drauf stand. Hier so eine Abdeckung. Und halt, die Kamera wurde ein paar Saugnapf da befestigt, und ich habe wohl anscheinend zwar nicht mitgekriegt, dass die da noch runter, also dass die da noch am Saugnapf befestigt jetzt mal. Ja, und jetzt liegt es so vor der Tür. Ja, ich hebe dich gleich auf. Ah Leute. So, machen wir mal hier den Schutz ab, damit wir mal besser gucken können. So, machen wir nochmal hier das restliche ab. So sieht das dann aus. Sehr schön. Äh, ich guck mal, was wir als nächstes machen müssen. Also. Ähm, okay. Okay, also, wir müssen in diese Schüsse jetzt das restliche Puddingpulver geben. Was ja gar nicht mehr so viel ist. Dann müssen wir Mehl abbiegen. Wie viel Mehl? Äh, b-b-b-bam. 170 Gramm, okay. Fangen wir das mal hier auf. Mit der einer Hand ist das jetzt gar nicht mal so einfach. So. 170 Gramm, wie nehmen wir das mal ab. Okay. Ja, 178 Gramm. Dies ist ein bisschen zu viel. Das tun wir einfach mal. Ja. Nehmen wir mal hier wieder ein bisschen was ab. Äh, und tun das mal in eine Extraschüssel. Schüssel, ähm, weil... Ja. Keine Ahnung warum. So. Ja, das jetzt... Ja, 169, das passt. Diesen 1 Gramm, das kommt jetzt auch nicht drauf an. Äh, und Backpulver. Wie viel Backpulver? Ein Teelöffel, okay. Ich tu dir mal kurz rein, weil mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Von wegen schwierig mit einer Hand. Hol dir doch einfach dein Handy mit Stativ. So. 1 Teelöffel, das war's. Äh, so. Ich muss mal schauen, was wir als nächstes machen. So, jetzt müsst ihr 3 Eier da rein tun, also dazugeben. Ähm, einzeln. Man sollte auch machen. Jetzt machen wir mal nicht auf so höchster Stufe. Nummer 1 ist jetzt drin. Jetzt kommt Nummer 2. Lassen wir das mal hier erstmal ein bisschen umrühren. Und dann auch Nummer 3. So. Das wird jetzt hier schön umgerührt. So, ich denke, das ist jetzt so okay. Äh, so. Man wendet den Schutz nochmal ab. Das ist jetzt natürlich sehr flüssig, aber das bleibt natürlich nicht so. So, jetzt kommt das Mehl dazu. Ähm, wenn man das so reinschüttet, dann habt ihr euch Angst, dass da zu viel daneben geht. Deswegen mache ich das jetzt per Löffel. Löffel für Löffel fütter ich damit die Maschine. Ja, fein. Dabei kann glaube ich auch schon mal ein bisschen gerührt werden. Damit wir natürlich auch natürlich tolle Musik haben. Ja, das ist sehr schöne Musik. Sehr schön. Ne Rührmusik. Ne Rührmusik. So. Ich glaube die Muffins werden sehr gut ankommen. Und äh, die Muffins darf dann auch jeder aus meiner Klasse essen. Weil da ist ja nichts mit Erdnuss und so drin. Weil wir haben jemanden in der Klasse, der hat ähm, eine Erdnussallergie. Und meiner Meinung nach ist hier nichts mit Erdnuss. Deswegen darf die auch jeder essen. Das ist doch immer schön. So. Gleich ist die Schüssel leer. Noch hier. Das wird jetzt schon zu einem schönen Teig. Machen wir mal hier ein bisschen schneller. So. Und das wird jetzt noch hier umgerührt. So. 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 Ich denke das reicht. So. Einmal hier den Schub drauf. Machen wir mal das hier auf. Ah. Sieht das nicht schön aus. Und wenn wir mal hier nochmal den Rest lassen. schließen. So. So. Ich glaube einmal müssen wir noch. Ich glaube einmal müssen wir noch. Weil da ist noch ein bisschen Mehl was untergerührt haben muss. Deswegen mache ich hier noch einmal zu. und lasse das hier umrühren. Und lasse das hier umrühren. das hier umrühren. Und dann machen wir mal hier wieder das ab. ab. So. und das hier umrühren. Und wir drehen. wir haben jetzt schon mal zwei Muffins testweise in die Muffinsform reingetan. also ihr nehmt euch erstmal ein bisschen Teig. das hier umrühren. Nicht zu viel. Vogeluhr seid bitte ruhig. Danke. So. Das denke ich ist schon mal okay. jetzt ein bisschen Pudding. Ich habe da ein bisschen gekleckert. Aber das macht nichts. Ich habe heute übrigens mein Geburtstag nachgefeiert. Falls das irgendjemand interessiert. Man muss ja auch ein bisschen hier Smalltalk machen. Ja. Aber wie ich die anderen Muffins da rein tue, seht ihr in einem Zeitraffer. Viel Spaß dabei. Zeitraffer für Konrad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr solche schönen Videos und dann haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.